Mein Name ist Christoph Käuer, ich bin Schauspieler von Beruf. Ich möchte gerne Rapper, Hobbysportler und faszinierter Vater. Am besten runterfahren kann ich mit Sport, weil ich sehr gerne boxe, schaute oder schwimme. Dann bin ich im Flow, um nichts anderes zu denken. Das bin ich dann auf Flow aufgestellt. Was mir auch hilft, wenn ich meinen Sohn schaue, wenn er schläft oder wenn er auf mir sitzt und eine Sauerei macht. Das ist sehr entspannend und lenkt einem ab vom ganzen Zeug, das man immer im Kopf hat. Ich schaue auch viel Sport, aber es ist nicht zu entspannen. Das ist mir, die Stressik.